Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen gleich eine Runde Gamer Freik, ich und Mika. Ja, los geht's. Wir fahren noch eine kurze Runde ein. Wir fahren uns noch ein. Ich betreibe dann erst die Runde Freik. Oh, schade. Wir fahren noch ein. Wir fahren noch ein. Mann! Was ist das hier? Ja. Das geht jetzt nicht so gut. Was ist das hier? Come on! Yo! Machst du noch was? Ja egal, von mir ist bei mir anfangen Also schnick, schnack, 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 wir anfangen Schnick, schnack, schnack, schnack Ach, scheiße Okay, ähm Ein schöner Wandfoot Und es kann immer schon so sein Zum alten Spine Achso Zum Anfang An jetzt du, kann ich glaube ich auch Letzte Worte Ja du bist schon, ich nicht man Das machen Das machen No foot Und wenn du das sagst Ja, no foot am zweiten Sprung einfach Der war gut Du bist dran Du bist dran Okay, von Wegenabschung in die Dachsebeine Ja, mach mal vor Ne 1-80 an der Quarter Okay Da wär ich einfach fast weggefahren Das lassen wir zählen Das war gut Ich glaube jetzt die Dinger hier Da rein Muss ich in die Landung kommen? Ja Darf ich auch zu weit kommen? Ja Okay Train, beeilt euch, beeilt euch Los Wir fahren bis Wir fahren bis da ganz hoch Auf die Landung Von wo? Die ganze Landung hoch Ja, von irgendwo halt Von dem Double Und dann wieder Fake hier runter Ja, bis hier runter Irgendwo bis zu der Nähe hier Ja Vorderrad oder Hinterrad? Vorderrad Das kann ich Das geht schon Ich save schon Muss man den Fake hier schaffen, oder? Ja klar Warte, ich bin im Weg Nimmst du da ein Rebate, oder? Nein Was? Nee Ich kann keine save Also Jeder hat übrigens ein Rebate Falt der Packart Und Mi-Karten B Also Mi-Karten B Ja Jetzt kommt Jetzt kommt Man fährt er so hoch Und dann macht man so eine Art Manual Die Quarte darunter Und tritt einmal in die Pedale Ja Aha Also quasi 180 auf dem Hinterrad drehen Ja Ja Reicht das? Ja Das musst du doch sagen Ja Deins war ungefähr auch so Hast du das? Jawoll Ich bin so gut Ich hab die Landung kaputt gemacht Äh, du bist dran Ach Gott, ich bin dran Wer von dem Ersten Double Absprung in den Minetables Kein Hang-Up Ja Jo Jo War das gut? Jo Ey, du bist dran Dann Den This Transferter Hier in die Tabellandung Also von Da Genau Das ist der Tabellandung Das hier Ja Okay Dann stell dich hier hin Ja Ja Geh halt weg Also Jo Jo Mach noch was, mach noch was, mach noch was. 要 Von dem Ding hier in die Faible-Landung, also von dem äußeren Heslon-Stummelstuhl. Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht, ich auch nicht. Ich hab's noch nie gemacht. Fuck! Ja, er will das auch als Aufgabe machen. Was? Was haben wir nochbung? Mach noch was! Die B Emir! Und es weh es! Ich bin gut. Einfach mal ein Whip, aber mindestens 45 Grad. Alter, der war fast 90 Grad. Da hab ich zum Glück drauf. Ja, lass mir zählen. Okay, wir springen jetzt so wie er ist, den Kribbel-Step up. Auch wenn er vorher gewufert ist. Das ist er. Der ist jetzt dran. Desaster an kleinen Table. Weil Michael gerade neue Desasters gelernt hat. Ach. Ich geh auf. Das zählt. Das nicht. Nimmst du Rebate? Ja. Er nimmt sein Rebate. Ja. 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 Das ist schon deine Aufgabe. Was ist deine Aufgabe? Ich mach jetzt ohne Treten die große Table ein. Ja. 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 Das hat sich gegenübersohmuchDiff. 奇 geworden sind. Ja. 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 nach zehn jahren hat das mal geschafft die habe ich ihm gegeben ja danke massimo an der stelle wir fahren da oben an springen da ab und landen in der landung von der bigline kein hang-up leute jetzt kommt die heftigste aufgabe edo west und zwar ich probiere was ganz anderes einfach machen von 80 auf dem ersten double mach einfach noch mal Also MiCard hat Bike und MiCard gar nichts, so war es ein Wunder. Ja, das war es mit dem Game of Bike. Bis zum nächsten Video. Ciao. Warte, warte.